Hi, ich bin Torben und ich stelle euch heute die Toka Smart Pouch vor. Die Toka Smart Pouch ist ein Beutel mit fünf funktionalen Taschen. Die Haupttasche ist der bekannte Toka Faraday Cage. Ihr packt euer Smartphone rein, faltet es seit 100% im Inkognito-Modus. Alle Smartphone-Signale und Anrufe werden blockiert. Wollt ihr angerufen werden, packt ihr euer Smartphone nach vorne in die Online-Tasche. Dennoch liegt der Abschirmstoff zwischen eurem Smartphone und eurem Körper und schützt euch vor Handystrahlung. Auf der Rückseite haben wir eine Tasche für Kreditkarten und für euren Reisepass. Der Abschirmstoff schützt vor ungewolltem Auslesen. Hier haben wir die fünfte Tasche für Münzen und Geldscheine mit wasserfestem Reißverschluss. Alle Smart Pouches kommen mit einem Strap zum Umhängen, so macht ihr es zum Brustbeutel oder zur Umhängetasche. Das ist unsere Toka Smart Pouch.